Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warcraft Level 1 Blödsinn 51 bis 100. Mit dabei ist der Swifty. Ja, hallo. Und meine kleine Schwester, diese Elytra. Hallihallo. Ich bin in falsches Richtung gesprungen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier noch ein Relikt. Das ist ja schon mal nicht so. Ja, und die guckt nach da, so müssen wir, denke ich mal, da runter. Meinst du? Die sind doch von da gekommen. Ja, stimmt. Die sind doch da reingekommen. Ja, eh, nur. Ich such den scheiß Zwarer. Also, bei mir ist der Zwarer. Ich warte mal, wenn du so das beich hießt. Wühler, der... Ja, das ist ja noch die Wühler. Wühler, der wird getötet. Wir müssen noch Wühler töten und dann wären wir hier fertig. Und da... Hast du alle Relikte? Ja, D. Na, aber hier bei mir ist... Na, warte mal. Hier ist eine Quest zum Abgeben. Bin ich da... Bin ich... Nee, ich bin doch nicht beim... Nee. Bin ich wieder ganz unten? Scheiße. Bist du ganz unten? Also, bist du hier durchgelaufen. Ne, hier sind nur... Da ist ein Wühler. Ich habe ein Wühler. Hier ist ein Wühler. Bei mir ist ein Wühler. Ja, guck mal, wo deine Punkte sind und wo unsere Punkte sind. Also, wo dein Punkt ist und wo unsere Punkte sind. Ja, weil ihr mir nicht... Weil ihr mir nicht nachlauft, ja? Hm. Schicksal. Ich lege den mal. Das hat Sinn ist ja überhaupt schon wieder abwogen. Wir standen da, wo du abgewogen bist. Ja, der ist tot. Oh, der tut. Hm. Hat der für euch auch gezählt. Ja, haben wir noch einen. Haben wir noch einen? Dann müssten das doch eher alle sein, oder? Oder... Ist das hier ein Scheiß? Brauchen wir noch einen, oder hast du schon einen gefunden? Hä, wo rennst du? Hier ist wichtig. Wir brauchen noch einen. Hier ist noch einen. Da ist noch einen. Ja, ich wüsste auch mal gern, wo wir überall sind. Ich hab keine Ahnung. Hallo, ich hab Angst. Jawohl, okay. Getötet haben wir zum Beispiel. Okay. Aber hier kann man noch eine Quest abgeben. Aber wo kann man diese... Ja, die ist doch am... Die ist draußen. Die ist sicher draußen in der Stadtdorfkacke. Ich kämpfe mich da nochmal hoch. Ja, und wo geht man da raus? Ja, das weiß keiner so genau. Wenn wir ein Rennen eigentlich... Ich kann hier zwei Quests abgeben. Da ist ein Wühler. Ah, ich will keinen Wühler mehr. Ich kann hier in der Höhle zwei Quests abgeben. Hast du schon gefunden, wo das ist? Nö, aber die werden auf der Karte angezeigt. Ja, aber ich glaub nicht, dass das in der Höhliche ist. Ich glaub, dass das draußen ist in dem Dorf. Wenn die draußen sind, dann wären sie grau. Also dann wären sie dunkel, die Fragezeichen. Naja, dann halt nicht. Äh... Hinab in dein Hügel. Passt zumindest nicht. Ja, dann legen wir da mal, bevor wir da einfach alles pullen und sowieso nicht mehr rennen können. Hier läuft ein Untot der Jäger rum. Der ist schon so lange hier drin. Der ist komplett abgemagert. Ja, ha, ha, ha. Die arme Sau. Ich wüsste gerne mal, wie es hier überhaupt... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also ich bin in der Höhle und... Ah, hier kann ich eine Quest abgeben. Eine. Wo? Bei mir hier. Ja, wie bist denn du da jetzt grenzt? Das wüsste ich jetzt auch mal gerne. Aber hier kann man noch eine Quest abgeben. Wo seid ihr? Hallo! Wo kommt ihr denn her? Lange nicht mehr gesehen. Aus den tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Ja. Das ist mindestens schon eine Folge her. Ja, beilahe. So, das war die eine. Und die andere ist... Bereit zur Abgabe. Ja. Sicherheit. Obwohl ich... Also laut Map ist sie jetzt hier... Geradeaus irgendwo. Die ist draußen. Ich glaube auch, dass die draußen ist. Okay. Die ist sicher draußen. Na, aber dann wäre... Er sagt ja, dann wäre sie grau. Obwohl es... Ähm... Wo wir hier reingegangen sind, war die Frage... Äh... War das Fragezeichen, was wir hier drin machen mussten, draußen auch hell. Und wo wir dann reingegangen sind, war es auch... Äh... Also dann war es immer noch hell. Und dann, wo wir rausgegangen sind, dann war es grau. Also das heißt, die Map hat einen Fehler. Das könnte genauso gut sein, als... Äh... Genauso gut sein, als wäre sie jetzt... Jetzt wäre die Map wieder schuld. Ja, sicher, sicher, sicher. Guck mal. Jetzt ist sie hell. Und wenn man jetzt in den Tunnel hier reingeht, dann ist sie grau. Oh, ne, fuck. Weißt du, warum die dann nicht grau wird? Weil die hier unter Dach steht. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Guck. Hier ist unter Dach. Und da ist hell. Weil wenn man da reingeht, dann ist es dunkel. Ich bin jetzt mal ruhig. Wir sind... Dann kommt sowieso nur Kacke raus. Also habt ihr die eine Quest da da oben noch? Ja. Alles Rauch. Gibt es auch köstliches Fleisch? Oh mein Gott. Handwerkswahn. Ich muss mal grad ein bisschen was verkaufen. Die Taschen sind voll mit Schrott. Ja, das kenn ich, aber das stört mich momentan nicht. Ich hab noch 4,42 Plätze frei. Ich hab nur noch 24 frei. Na, das genügt doch. Für die 10 Minuten Aufnahme. In der Tasche. In der Tasche. Ich hab nicht das Sex. Ja, gut. Ich hab auch kein Sex. Also das ist... Moment. Plätze frei. Ja, ja. Sex wird überbewertet. Ferkels. Total. Aber die vollen Schweine. Ja, ich glaub, wir müssen genau da runter. Ja. Einfach nur, weil ich's glaub. Und vor allen Dingen Chaka. Du kannst es schaffen. Ja. Chaka, ich hab es schon fast geschafft. Ja, gleich da. Äh, Leute, die... Die Viecher sind grün. Mhm. Ja, wir haben auch nie mehr... Ich... Ich will jetzt nur mal die letzten 10 Minuten Aufnahme hier machen. Und dann für die nächste Aufnahme dann sowieso wieder woanders hinreisen. Äh, ja. Bleibt gut drauf. Aber ich will jetzt nicht in dieser Aufnahme noch unnötig irgendwo... ...ne Reise beginnen. Boah. Weil hier haben wir noch... Hätten wir noch Quests. Oh ja. Und wir kriegen nicht wenig EP dafür. Eben. Also, wir müssen diese Dinger... ...töten. Ich glaub, wir müssen hier so ziemlich alles töten. Ich bin kein Freund von Graumähne. Wieso jetzt nicht? Hä? Wieso jetzt nicht? Weil ich Hardler bin. Wieso? Weil selbst die Verlassenen gegen Graumähne gekämpft haben. Seit wann? Gilneas? Wieso? Graumähne ist... ...ist ein Ali! Ja, weil er sich damals verklickt hat bei der Charaktererstellung. Hätte sich statt ein Wagen... ...hätten sich ein Orger stellen sollen. Oder noch einen Toten? Ja, genau. Hätten sich... ...dann wären in seine eigene Heimatstadt eingefallen. So. Oh, kurios. Ja, aber die Vorstellung ist witzig. Seit neuestem... ...seit neuestem alles mit Draino möglich. Das ist eine parallele Zeitebene. Da geht alles. Ja, genau. Da läuft's auf jeden Fall. Oh, ja. Wir müssen den ganzen Wald ausrotten. Krass. Schaut so aus, ja. Wie hat die Kinderserie geheißen, als die Tiere den Wald verließen? Hm, genau. Wir waren... Wir sind daran schuld, irgendwie. Ja, genau. Oh, da kommen wir das noch. Bär. Ja, den hab ich auch gerade gesehen. Jippie. Nur der eine Vogel ist schon wieder am Abhauen. Scheiße. Ah. Scheiß Bär. Ah, scheiß Vogel. Scheiß Vogel Bär. Scheiß Vogel. Halt, jetzt tu ich mal schnell loopen, weil der glitzert schon wieder was für mich. Sechs haben wir schon, ja. Geht eh dahin. Wenn wir schon 15 Viecher brauchen, Ja. Da kann man ein bisschen was mitholen hier. So. Sieben. Was, wieso eigentlich erst sieben? Das waren doch jetzt drei, die wir machen müssen. Die müssen was trocken. Ja. Nö. Nö. Nur töten. Das ist schön. Sieben Bärlich und oft. Die Eulen und die Bären sind getrennt voneinander. Scheiße. Ja. Das hab ich nicht gewusst. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab da auch Bäume. Ja, treffen wir uns in der Mitte. Genau. Ah, der ist zweitweg, der Arsch. Komm her. Also ich brauch ja nicht wirklich Heilung. Ich pull da nochmal schnell. Nein. So schnell mal lupen. Hey. Vogel. 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 Da. Vogel. Ja, so. Bus steppert. 10, 11, 12. Da war wieder der 52, ist da vorn wieder umeinander geflogen. Mhm. Den, was wir vorher schon gelegt haben. Ob man den mit Jäger, äh, fangen kann? Ist das irgendein Rare Mob ist? Nein. Oh mein Gott. Was müssen wir denn hier? 40 Dinger sammeln? 40? Wie viel bekommt man da raus? 4. Okay. Würde ja noch gehen. 40? Von was? Von den Eiern hier. Was für Eier? Oh mein Gott. Das andere Gebiet. Und hier ist, ich glaub, der mag das überhaupt nicht, wenn ich seine Eier loot. Oh was? Oh ja. Kannst du mal einen anderen anzecken und nicht über mich? Ja genau. Kill meine Schwester. Töte sie. Töte sie. Das vier hängt grad an mir. Ja, die Kämern, wenn du die Eier aufhebst, dann wollen sie dich töten. Wollen sie dich töten. Ich bin grad im Moment so eine Art Bodyguard. Ihr sammelt die Eier, ich schau die Fischer auf. Ja, ich sammel mal. Ja, ja, sammel du. Ja, schau meine Schwester kämpft auch. Wo sind die nächsten Eier? Nein, das ist mein Eier. Das ist mein Eier. Ja, mach mal die Augen zu. Schau, was siehst du denn nix? Ja, genau, das gehört dir. Ja, 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 ja. Drei... Nimm den jetzt! Na, mag er nicht. Der stinkt. Der muss stinken. Nee, da kam ich jetzt nicht hoch. So, wie schaut sich das mit euch in der Eierl? Guckt doch einfach. Du bist fertig? Das ist schön. Wer ist fertig? Der Swift ist fertig. Warte, ich? Nee. Ich hab 10. Du bist wahrscheinlich zu weit weg von uns. Darum wirst uns du nicht ausgesorgt. Schaut, da ist wieder so ein UFO. Seht ihr, das sieht es wieder eh nicht, gell? Nee. Ja, sehe ich auch mal so ein UFO. Mein Schild. Kann sein, dass das ein Bug ist von deinem Schild. Mhm. Jetzt aber erst find ich hier oben. Ich bin immer noch ausgeruht. Hm, nicht schlecht. Ja, ich bin auch der Weiner ausgeruht und bin, wir nähern uns dem nächsten Level ab. Oh, Eier. Ja. Ich hätt gern die Eier gewäßt und die mit den getöteten Viechern noch ganz gern in der Aufnahme untergebracht. Das heißt, macht ihr mal ein bisschen Dampf da? Äh, nein. Wir haben gedacht, wir lassen uns extra eine Stunde Zeit. Und das denk ich mir eh bei euch. Das könnt ihr mal ein wenig anziehen, oder? Nicht wahr? Gibt's ja nicht. Wir scheißen da was umeinander. Ja, das wären dann die beliebten Überminuten diese Folge. Ja. Bevor wir die drei Quests nicht fertig haben, werden wir dieses Let's Play nicht beenden. Ich hab Zeit. Mir läuft nichts weg, außer die Eier. Ich hab alle 40. Scheiße. Hm? Halt du. Hab ich. Wie viel habt ihr? 22. Äh, 20. Okay. Oh, 30. Das war ein sackvoller Eier. Ein sackvoller Eier. Nein, drum. Hin und wieder sind da echt viele drin. Weil ja das, was mich auch grad ein bisschen schockiert hat. Schockiert hat. Weil im Prinzip haben wir von den komischen Eilen und so brauchen wir ja eh auch nicht mehr so viele. Sooo. Hier sind noch ein paar Eier. Ich find momentan überhaupt keine. Ja. Wow. Lecker. Ja. 36. Wow. Lecker. Ja. Ne, da komm schon wieder an die Grenze des Gebietes. 40. 2, Annah. Oh ja, 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 ja ja, 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 ja. �ol mir mal den Bärndast. 50! Yay! Gehts jetzt? Ja. Krie'ss auf hierden Erfolg? ich will nur mehr die zwei vögel also die barbieren kommt mal her zu mir und zwei orangene punkte auf der karte meint sich was wir jetzt wer wer ist ja der was weiter weg ist von dir natürlich weil meine schwester und du seid ja noch am eierschaukeln die haben wir nicht geschaukelt die haben wir gekrabelt und gelootet so leider unten ist nämlich noch eine partie wo sei es nur vogel der vögel habe ich auch genug dann fällt uns nicht der eine ist fertig genau tötet 15 wildkreis wieder da oben bei den eiern was brauchen wir jetzt noch bären einen oder zwei fucking zwei fucking bären ein splitter nackten bären splitter zähl ich hab hier einen ja ja wenn du ein oder zwei brauchst dann passt ja ja und die können wir dann auch gleich wieder abgeben doch super und jetzt hätte ich gesagt laufen wir da noch rüber und geben die quests mit den eilen ab genau und dann werde ich hoffentlich 56 es wird sich nicht ausgeben 98 prozent Nein Nö não Nein Ih Ihr gкрет辛D entspricht ich habe 3 ich finde ich nicht habe ich nicht muss ich apocalypse diese ja und ihr alles Und jetzt krallen wir uns den Ruhestein, oder? Richtung, wo sind wir zu Hause? Tal der Ehre. Ja, genau, passt. Und für die nächste Aufnahme suchen wir uns dann ein neues Gebiet. Oder wir gehen mal in die... Oder beides. Genau. Weil, dann hätte ich gesagt, das war's jetzt mit dieser episch langen Aufnahme. Von unserer Seite. Und ich meine, wie hängt mein Ladepalm? Nee, jetzt geht er wieder. Ich hätte gesagt, das hat mich gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit ihr und ciao mit ihr. Bis zum nächsten Mal, mein Spielhörder und sieht sich. Tschüss. Ciao. So, und den haben gelehnt. Ja, weg den Scheiß.